Oh, man hat euch die ganze Folge nicht gehört. Neeein. Nein, leider nicht. Mann. Aufnahme stoppen. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Together Season 2. Leider war das Intro kein Scherz und ich hatte meine eigene Turnspur doppelt, die anderen gar nicht. Insofern habe ich mich dann gelöscht, weil es ja reicht, wenn man mich einmal hört. Man muss mich ja nicht doppelt hören. Und habe dann versucht, noch das Bestmögliche aus der Folge zusammen zu schustern. Von einer Dreiviertelstunde-Ruhraufnahme sind jetzt, glaube ich, irgendwie fünf Minuten übrig. Insofern schaut selbst, lasst ein Like da und falls ihr es sowieso noch nicht getan habt, ein Abo. Und viel Spaß mit der Folge. Maler und Herzlich Willkommen. Heute mit dabei ist eine Karotte. Also, um genau zu gehen, ist das Olaf. Und immer noch mit dabei sind Nachtplay und Max. Ich habe so ein kleines Problem eigentlich für alle, denn wenn wir hier über Null gehen, dann ruckelt es immer. Meine Vermutung ist immer noch, das liegt an den Speicherer-Dingern von Minecraft. Weil hier genau vier Dateien an einem Punkt aufeinandertreffen. Und dann leckt es halt immer. Ist aber immer nur in eine Richtung so doll. Also, ja. Und hier in dem Projekt darf jeder mitspielen, der korrekt ist. Auch du. Komm jetzt auf den Discord-Server. Kostenlos. Einfach so. Und mach mit. Sorry, Leute. Mich hat die WhatsApp-Gruppe gepackt. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020